Herzlich willkommen, meine lieben Gebäudereiniger, hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute habe ich Ali hier am Start. Ali direkt hier aus unserer Hauptstadt Berlin. Und Ali ist bereits seit zwei Jahren etwa mit uns in der Zusammenarbeit. Und fortgeschrittener Gebäudereiniger, würde ich sagen, ist richtig gut mit dabei. Er hat sich was Schönes mit seiner Frau gemeinsam aufgebaut. Und Schritt für Schritt gehen wir jetzt die nächsten Steps. Darüber haben wir jetzt hier gesprochen in einem persönlichen Coaching. Und ja, den Ali begleite ich so von der Pike auf, kann man sagen. Hat so eine spezielle Geschichte. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass du da mal ein bisschen was dazu sagst, wer du bist, wo du heute stehst und dass man so eine Idee hat einfach, ja, wer du bist. Okay. Also ich bin der Ali, Tetz, mit Tetz-Reinigung in Berlin. Und 2020, im Oktober, hatten wir unsere Firma gegründet. Das war eher dann als Kleinunternehmer nebenbei noch was zu machen. Ich selber persönlich war Busfahrer und meine Frau hat mir damals das bisschen gestartet. Und dann ging es gut. Dann konnte man mit der Phase, wo wir auf euch gestoßen sind, über Internet, Erstgespräch mit Attila gehabt und war eigentlich keine offene Frage, also kein Fragezeichen im Kopf, dass man da sagt, okay, kann man mal probieren. Gott sei Dank haben wir es probiert. Wie gesagt, da konnte ich dann komplett meinen Hauptberuf aufgeben, mich komplett in die Firma reinhängen. Jetzt sind wir so ein Stand, dass ich schon meinen Mitarbeitern den Lohn bezahle, was ich selber als Busfahrer damals verdient habe, wenn ich mir das so überlege. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit der Arbeit. Und jetzt sind wir so ein Stand, dass wir ungefähr zwischen 40.000 mal 50.000 im Monatsumsatz haben. Ja, und ich freue mich auf mehr, weil da ist wirklich viel Potenzial da. Und in kurzer Zeit haben wir wirklich Gutes erreicht, denke ich mal, auch durch eure Hilfe, durch die ganze Einstellung, Mindset, durch die, also was mir auch persönlich sehr gut gefallen hat, zum Beispiel, wie man beim Kunden auftritt. Die ganzen Videos von dir, was wir dort, wenn du es eins zu eins wirklich beim Kunden übernimmst oder allgemein der Personalfragebogen, wenn du dort mit denen sprichst, also Personalfragebogen, also diese Weltfrage oder irgendwas mit denen hingehst, die wundern sich wirklich, die fragen, sowas haben wir noch nicht gesehen. Die sagen, wie lange sind sie? Manchmal muss man dann sagen, okay, wir sind schon länger im Geschäft, aber in zwei Jahren oder sowas, was wir erreicht haben, ich bin wirklich sehr zufrieden. Und das wirklich dank euch, muss man offen und ehrlich sagen. Sehr gut, ja, jetzt hast du schon ein bisschen weiter ausgeholt, ja, von deiner Person bis hin zu dem, was du schon erreicht hast. Das ist gut und habt ihr schon gehört, ja, also es ist schon auch wieder eine Megastory, finde ich, ja, innerhalb von zwei Jahren, ja, in so kurzer Zeit oder zweieinhalb. Wir sind jetzt in 2013, jetzt in diesem Moment im April und vom Kleinunternehmer zu 40.000 bis 50.000 Euro Monatsumsatz. Damit hat man schon mal was Stabiles, was Sicheres und kann darauf jetzt das nächste Level auf- und ausbauen. Und darum soll es gehen. Vielleicht mal kurz zum Einstieg, ja. Ich meine, wir sind hier in Berlin jetzt, ja, und damals, wo du so angefangen hast, hast du ja bestimmt auch andere Ideen gehabt. Hast mal dies ausprobiert, mal das ausprobiert. Was war denn, wie war das dein, als du mit uns gesprochen hast? Gab es irgendwie eine Skepsis? Wie war so das ganze Vorgehen? So gerade die Anfangsphase, wo wir uns kennengelernt haben und du mit meinem Team gesprochen hast? Ja, du kannst ja mal anfangen, offen und ehrlich gesagt. Jetzt auch Verwandte, jetzt auch nahe Stehende. Nein, das sind alles Betrugsfallen, pass auf und was weiß ich was. Da meinte ich, nein, und kommt mir sehr seriös von. Ich habe ja auch ein bisschen gelesen, habe ein bisschen auch nachgefragt. Einige von euch, also ich habe da nur Gutes gehört. Also ihr kamt mir einfach vertrauensvoll. Ich meinte, okay, wozu haben wir was alles gemacht? Weißt du was, ich rischiere es und wenn es weg ist, ist es weg. So haben wir mit meiner Frau auch gesprochen, weil die ganze, also die Aufbauschema, was ihr uns beibringen wolltet, allein schon mit der Internetseite, dass man da schon eine Internetseite hatte, das kam uns sehr gut, weil wir wollten auch eine Internetseite machen. Das ist da drin gewesen. Coaching, die Beratung, die Kalkulation vor allem, weil ich wusste gar nichts. Ich wusste gar nicht, wie man kalkuliert. Ich habe damals, wo wir angefangen haben, persönlich vor die Fensterreinigung, jetzt werden viele lachen, werden sagen, was hast du gemacht? Ich habe damals so eine Zweizimmer-, Dreizimmerwohnung für 30 Euro sogar Glas gereinigt. Ich wusste gar nicht, wie die Preise sind. Da habe ich okay, anstatt umsonst zu sitzen, nämlich gehe ich da hin. Auftrag ist Auftrag, mache ich das für 30 Euro. Ich wurde sozusagen ausgenutzt. Ich wusste gar nicht, wie man kalkuliert. Und dann euch habe ich das alles gelernt. Und das ist ziemlich jetzt ein ganz anderes Level. Und ich kann es nicht betreuen. Also egal, was er sagt oder was irgendwer hören sollte, er sollte selber auf jeden Fall erstens auf sein Herz hören. Und zweitens, weil jeder kann irgendwas reden. Jeder kann was sagen, auf jeden Fall auf ein Herz hören. Aber auf jeden Fall werden die Leute, die jetzt mit euch starten, auf jeden Fall, man sieht ja auch andere Erfolgsgeschichten. Jetzt nicht nur ich, es gibt viele Leute, die vor uns sind. Zum Beispiel der Davide, der hat wirklich sehr großen Respekt, was er erreicht hat. Also da ist wirklich Potenzial drin. Und wenn man das wirklich umsetzt, was ihr uns mitgibt, da gibt es überhaupt kein Bereuen, da gibt es überhaupt keine Fragezeichen an damals. War das so oder war das so? Ja. Ja, ist einfach perfekt. Genial. Super. Ja, wenn man jetzt überlegt, ich meine, was wir jetzt gerade gehört haben, dass man dann von irgendwo plus minus 5 oder 10.000 Euro Umsatz, was ihr im Monat gemacht habt, irgendwo hin zu 50.000 Euro Monatsumsatz, das sind ja schon klare Fakten. Jetzt kann man sich ja ausrechnen, was das bedeutet. Ja, das sind ja dann mal angemeldet, man nimmt nur die 50, sind das 600.000 Euro im Jahr. Und jetzt die Frage, was ist denn dem einen oder anderen da draußen 600.000 Euro im Jahr wert? Diese Frage, ja. Zahlst du dafür 10.000, 20.000 Euro für so eine Maßnahme oder so ein Training? Ja, das ist die Frage. Ja, und würde sich das rechnen? Klar, ja, weil 10.000, 20.000, wenn ich das investiere und dafür dann über eine halbe Million Euro Umsatz erwirtschafte, dann lohnt sich das. Ja, also das ist völlig okay und völlig normale Maßnahme. Und diese Art von Investitionen, weil es sind ja Investitionen, sind unternehmerisch gedacht super sinnvoll. Und das sind die schlauesten Investitionen, ja. Es ist nicht sinnvoll, Geld auszugeben für zum Beispiel andere Maßnahmen wie ein Büro, ein schickes Auto, andere tolle Experimente, sage ich mal. Nein, man gibt einmal Geld rein in ein bewährtes System und dieses System bringt einem dann halt mehr Umsatz. Und das ist schon dann eine gute Investition gewesen. Prima. Gut. Und also dann zusammengefasst, es gab eine gewisse Skepsis, es gab die Situation, dass du gesagt hast, okay, es gab Leute, die gesagt haben, ach, das könnte irgendwie unseriös sein, hast dich durchgesetzt, hast erkannt, dass es sinnvoll ist und auch passt. Und wie ging es dann weiter so, dass wir da mal reingucken, wie war denn das, wie wurde es so aufgenommen von unserem Team, von dem Ganzen, wie das ablief. Das hat sich ja auch so ganz stark entwickelt die letzten Jahre, wo wir auch unser ganzes Team mittlerweile ausgerollt haben, mehr Experten, mehr Berater mit drin haben, mehr Betreuer mit drin haben, die euch tagtäglich unterstützen. Und wie war das denn? Wie hat sich das so für dich entwickelt, so die Zusammenarbeit? Wie war die für dich in diesen Jahren, wo wir schon zusammenarbeiten? Also von dem ersten Tag aus immer top, alle sehr freundlich, sehr nett, hilfsbereit. Soweit man was schreiben kann, ist klar, dass man gleich nicht in einer Minute eine Antwort bekommt, aber spätestens in einer Stunde, spätestens hast du auf jeden Fall eine Benachrichtigung. Etwa da wird sich gemeldet, oder du hast die Möglichkeit, in den Live-Call zu gehen. Dort wird dir auch sofort einmal geholfen. Also super Team. Am Anfang waren es ja, glaube ich, sieben oder acht Leute. Ich weiß nicht, wo wir vor zwei Jahren gestartet haben. Jetzt ist es wirklich ein sehr großes Team. Einige kenne ich noch gar nicht, die neun. Wie gesagt, viel muss sich jetzt auch viel rumlaufen. Deshalb habe ich es jetzt in letzter Zeit wenig in den Live-Call geschafft. Also euer Team, alle auf jeden Fall, was mir gefällt, alle wissen, was sie reden. Jeder ist wirklich ein Experte in seiner Branche. Und wenn man jetzt wirklich alles eins zu eins umsetzt, was ihr dort auch beibringt oder was man besprochen wird, das hilft einem nur weiter. Das bringt einem nur einfach weiter. Du kannst da nichts falsch machen. Das gefällt mir auch an der Seite. Also bei EMR bin ich wirklich sehr zufrieden gewesen. Weil dir wird auf jeden Fall in jeder Sache geholfen. Egal, ob es jetzt Personal ist, egal, ob es Reinigungsmittel sind, egal, ob es jetzt Kalkulation ist oder irgendwelche andere Fragen hast. Oder wenn du mal Hilfe brauchst für eine Kooperation zum Beispiel, die ganze Community allgemein von EMR. Das ist top. Ich weiß nicht, ob man überhaupt sowas in einer anderen Branche finden kann. Weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht so nachgeguckt, aber für mich einzigartig. Das ist wirklich sehr top und hilft einem nur weiter, wie gesagt. Genau. Ja, in anderen Branchen, ja. In unserer Branche ist es eher so einmalig. Das heißt, in dieser Form gibt es das nicht nochmal. Wir sind ja die Nummer eins Community für das Gebäudereinigerhandwerk und unterstützen und begleiten ja so viele Gebäudereinigungsunternehmen wie wahrscheinlich kein anderer da draußen, speziell im Bereich Auf- und Ausbau, Wachstum, Vertrieb und Systematisierung der Gebäudereinigung, ja. Okay, prima. Und gehen wir mal rein auf deine, ja, sag ich mal, Herausforderungen, die du hattest, ja. Also du hast ja gesagt, du konntest dies nicht, das nicht. Vielleicht gehen wir mal da rein. Nein, was konntest du denn nach dem Training? Weil du hast ja erst mal mit uns sechs Monate gearbeitet. Dann hast du erkannt, okay, gut, das hat mir wirklich was gebracht. Und dann hast du weitere sechs Monate gearbeitet und dann wiederum das Ganze weiter verlängert. Und jetzt sind wir da an dem Punkt, dass wir uns ja schon so lange kennen. Und was hat dich denn da so begeistert? Was hat es dir gegeben? Wo konntest du was lösen für dich? Also auf jeden Fall, was für mich wichtigste war, Kalkulation, Zeitberechnung zum Beispiel und der Auftritt beim Kunden. Früher, da bist du normal hingegangen, da haben die sich erst mal guckt, okay, zwar kamst du bei einigen sympathisch vor, da haben die dann gesagt, okay, das waren so kleinere Aufträge, da hast du gemacht, aber wenn du jetzt irgendwie größere Aufträge haben wolltest, größere, sag ich mal, Bürokomplexe oder sonst irgendwas, da macht wirklich das Erscheinungsbild und die Art und Weise, wie man rangeht. Das habe ich wirklich bei EMR nur gelernt und das macht wirklich sehr viel aus, das habe ich gemerkt, weil da kommst du, du gehst schon mal 2-0 in Führung. Also nicht nur 1-0, wirklich 2-0 in Führung. Also viele, ich habe da so gute Feedbacks auch von den Kunden bekommen, meinten, ja okay, wie sie angekommen sind, das ist okay, schicken sie uns ein Angebot und das wird aber laufen, auf einen guten, gleich nochmal Handshake bekommen, weil du kommst, du bringst auch eine gewisse Seriösität bei den Kunden rein und das alles habe ich, wie gesagt, nur bei den Calls. Wie gesagt, ich kennst mich ja, ich konnte nicht sehr oft in die Calls reinkommen, aber ich sehe immer auch sehr oft, wenn ich abends spät nach Hause kam, immer die Aufzeichnung, was wurde heute gesprochen, welchen Call, ich habe mir das immer angeguckt und du lernst immer wieder, weil die Online-Akademie, allein das hilft auch einem schon weiter, du lernst immer wieder was Neues, immer irgendwas, ah okay, jetzt setze ich mal nächstes Mal so um, das setze ich mal diesmal so um, du lernst immer wieder, weißt, und das häuft sich mit der Zeit und später hast du dann die Routine da und dann, weißt du, und EMR will ich noch weiterhin, weil wie gesagt, die Community oder, es gibt es immer, die Branche ist sehr groß und es gibt so viel zu tun, irgendwas Neues findet man immer wieder und da möchte ich immer, wenn irgendwas ist, klar bei euch immer zurückgreifen und fragen, da lernt man nie aus, denke ich mal, also das schadet nie, also EMR vor allem für mich, sage ich mal, also da würde ich jetzt immer noch weitermachen. Es gibt ja viele da draußen auch Gebäudereiniger, die so die Erfahrung mitbringen, ja, und die dann immer so die Idee haben, naja gut, ja, ich kann besichtigen, ich kann kalkulieren, ich weiß, wie ich Kunden gewinne, ich weiß, wie ich mit den Kunden rede. Meinst du, dass es da einen großen Unterschied gibt zu dem, was wir machen, zu dem, was du vielleicht gemacht hast, oder du kennst ja auch so viele aus der Community, hast ja auch einige kennengelernt und gesehen, wen es da noch alles gibt, ja, von einem Wachstums-Champion, dem Davide bis hin zu dem ein oder anderen Gebäudereiniger, der schon, ja, vielleicht 20 Jahre in der Branche ist und richtig Erfahrung mitbringt, die dennoch mit uns zusammenarbeiten. Was würdest du sagen, was, ja, wie ist dieses Thema? Für mich, wie gesagt, früher ich konnte gar nichts. Ich konnte, wie gesagt, deshalb ist es jetzt schwer zu sagen, weil die anderen haben ja Erfahrung, wie die jetzt mal rangegangen sind an die Sache, wie ist es, also von mir aus gehe ich davon aus, wenn du jetzt auch gesprochen hast, wenn beim Kunden aufgegangen wird, früher bin ich immer locker hingegangen, also mit normal angezogen, also mit normaler Kleidung hingegangen, da kam es erst mal ein, wie gesagt, manchmal klappt es auch, manchmal nicht, aber nachdem ich alles eins zu eins umgesetzt habe, mit Anziehen, gepflegter Erscheinung, ich rauche zwar selber, aber ich rauche vor Besichtung, Termin oder vor Vorstellungsgespräch nie, auf jeden Fall, da achte ich sehr viel drauf und wie gesagt, ich habe das alles umgesetzt und wie werden wir mit denen reden, ich weiß ja nicht, wie gesagt, ich kann leider nichts sagen, weil ich nicht weiß, wie die anderen davor gemacht haben, aber bei mir hat das wirklich sehr viel geholfen, weil bei den Kunden, wie das auftritt, wenn du es eins zu eins einsetzt, das macht wirklich sehr viel, wie gesagt, ich sage nicht nur 1.0, 2.0, du bist wirklich ein 2.0 im Führung, ich habe da überhaupt keine, also bis jetzt keine Absage bekommen, bis jetzt so toll, toll, toll. Okay, also gehen wir mal hin, also du hast klar, was verändert an deinem Auftreten, ja, das ist ja jetzt, sage ich mal auch so eine Sache, ja, das ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich beim Kunden natürlich entsprechend auftrete, dann kriege ich auch einen entsprechenden Rücklauf vom Kunden und dann hast du ja jetzt aber ein ganz wichtiges Geheimnis, nämlich unser Gesprächsleitfaden, du weißt exakt, wie du so ein Gespräch zu führen hast und würdest du sagen, dass das auf jeden Fall was bringt, wo du sagst, hey, okay, mit diesem Geheimnis, mit diesem Leitfaden, das hat wirklich was bewirkt auch? Auf jeden Fall, das hörst du sowieso, das siehst du nicht, das hörst du sogar auch von den Kunden, die sagen gleich so was, Mensch, so eine Frage, das hat man sonst noch nie gefragt, das zeigt wirklich, dass sie wirklich sehr professionell sind, da habe ich immer nur gute Feedbacks von den Kunden, also das gefällt denen auch, dass ich da frage, wie oft wird gereinigt, auf was achten sie, zum Beispiel die ganzen Weltfragen oder persönliche Fragen, was ist ihnen dann wichtig oder wenn wir irgendwann anfangen mit Mitarbeiter, manchmal ist es ja, dass man nicht direkt mit einem Entscheider spricht, sondern manchmal hieß es, also ich hatte auch schon ein paar Vorfälle, dass wir dann mit einer Sekretärin oder sonst was die ganze Besichtigung gemacht haben, die frage ich jetzt nicht nur den Chef, für sie ist das auch wichtig, für die Mitarbeiter, ihr müsst ja auch zufrieden sein und die ganzen Fragen und das kam immer sehr gut an und wie gesagt, super, also. Okay, also du hast einen roten Faden, mit dem du da diese Gespräche durchführst, zusätzlich haben wir bei dir jetzt das Marketing, was wir jetzt dann auch hochfahren werden, zusätzlich hast du die Möglichkeit, Neukundengewinnung zu betreiben, auch da hast du von uns alles an die Hand bekommen, weil das ist ja auch ein Teil der EMR-Strategie, dort auch wirklich Kunden, Wunschkunden zu erreichen, Großkunden zu erreichen, wo man sagt, hey, die, die, die gefallen mir und würdest du sagen, dass du die Dinge für dich einfach umsetzen konntest? Teils ja, teils nein. Also ich sage mal so, am Anfang, ich bin einer, der persönlich eins zu eins sehr gut spricht, am Telefon habe ich da ein bisschen, also Telefonscheu, sage ich mal so, eins zu eins im Gesicht, das ist kein Problem, Telefonscheu, aber wie gesagt, das überwinden wir jetzt langsam auch, Adman ist da auch sehr eifrig und hilft uns auch dabei, schöne Danke von hier, Alin, und das hilft einem nur weiter, Da lernt man, wie gesagt, immer wieder was Neues, also auf jeden Fall, dass der Leitfaden hilft viel weiter und bei neuen Kunden jetzt Gewinnung, über jetzt Google Ads werden wir ja versuchen, nochmal durchzustarten und wie gesagt, mit der Akquise, da arbeiten wir jetzt mit Adman dran, dass wir uns da auch ein bisschen dransetzen, dass wir das da auch verbessern, weil es läuft ja, es liegt wirklich nur an mir und das ist damals auch, weil ich hatte damals in der Jugend auch in einem Callcenter gearbeitet, da immer schlecht gelaufen, also da hatte ich keine gute Erfahrung, ich denke mal, das liegt an mir und wie gesagt, und soweit ich das überwunden habe, wird der Rest auch kommen. Okay, sehr gut. Der Rest wird auch kommen, dann gehen wir mal da rein und jetzt ist halt die Frage, ja, fragt sich bestimmt der eine oder andere da draußen, wenn man schon das erreicht hat, dass man auf dem Level und dem Niveau ist, wie kann das jetzt weitergehen, ja, wie kann man jetzt weitergehen und was sind denn deine Ziele, was ist euer Wunsch mit der Firma, wo wollt ihr hin? Also auf jeden Fall wollen wir ein System jetzt schaffen, dass wir da dann mit der Zeit, also irgendwann später, ich sage mal ganz, ich komme ja erst mal ganz nach hinten, also irgendwann möchte ich so ein Unternehmen dazu erreichen, dass es wirklich schon alleine wie so eine Maschine läuft, mit dem System, alles soll, alles gut laufen, du gehst nur noch die Kontrollen machen oder bist wirklich jetzt nicht vor Ort in den Objekten, wo du alles machen musst, das ganze System schaffen, dass ich wirklich auch mal Zeit für meine Familie habe, mal Zeit auch für eine Freizeit habe, vielleicht eventuell für mal eine Reise, weil so ist es nur eine Woche, kannst du dich da kurz mal ausklinken, haben bestimmt alle Gebäudereiten die gleichen Probleme, die jetzt nicht so groß sind, dass man nur kurz eine Woche kurz Urlaub macht, zurückkommt, also mehr Zeit für die Familie, dass man irgendwann, also ich möchte schon sowas erreichen, dass wir so ein großes Unternehmen haben, wo ich dann mehrere Objekte habe, Vertriebler habe, dass ich dann wirklich so ein Chef bin und dann irgendwann sagen kann, okay, Jungs gibt es irgendwelche Neues und zum Beispiel nur noch zu größeren Kunden mal selber persönlich gehen müsste, ansonsten nur, dass ich dann so eine Mannschaft, ein Team habe, ein System geschaffen habe, dass das alles von allein läuft, also eigene Kundengewinnung, eigene Objektbesichtigung, auch das mal auch die Mitarbeiter machen können, nicht nur wir alles machen können, ja und das ist also unser Ziel und Step by Step gehen wir langsam dahin und in zwei Jahren, was wir erreicht haben, da denke ich mir, okay, jetzt wird nicht mehr so lang, okay, kann zwar lange dauern, aber jetzt nicht so extrem lange, wenn ich jetzt komplett von alleine gemacht hätte, ich weiß, wo ich jetzt wäre, vielleicht wäre es immer noch mein Nebenjob, wäre ich immer noch kein Unternehmer, aber ich sehe da auf jeden Fall das Potenzial und ich kann es schon mal sehen und fühle irgendwie, dass da auf jeden Fall das jetzt in den nächsten Jahren schon ziemlich weiter vorankommt und spätestens hoffe ich mal, dass ich in fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall in der Position bin, wo ich sage, Mensch, damals haben wir so angefangen und guck mal jetzt unser schönes Zurück genießen und dran gucken, ja, was ist das? Ja. Sehr schön, ja, wir haben ja schon auch, du hast ja auch deine Ziele, wo du sagst, hey, jetzt in den nächsten zwölf Monaten möchtest du so weit kommen, ja, wir haben ja nächstes Training, das nächste Programm, mit dem wir dann durchstarten werden, in Kürze und dann wird sich auch in den zwölf Monaten schon sehr viel tun, sehr viel verändern und wenn wir da eine Verdopplung hinkriegen, mindestens, dann bist du wieder auch schon wieder auf einem ganz anderen Niveau, auf einem anderen Level und hast mal locker deine eine Million Euro im Jahr und bist auch so mit in unserem One Million Club, ja, und damit ist ja schon mal einiges getan, da ist das schon so eine Basis und von da aus, natürlich geht es dann nochmal um was ganz anderes, das Unternehmen auch richtig zu skalieren und zu expandieren, aber das dann alles zu der entsprechenden Zeit und bei fünf bis zehn Jahren wird es, denke ich, nicht dauern, ja, sondern da darfst du schon optimistischer sein, dass das auch bestimmt viel kürzer in viel schnellerer Zeit kommt, weil du bist in so einer wundervollen Stadt hier, Berlin, an jeder Ecke Potenzial, übrigens für diejenigen da draußen, die sagen, hey, ich bin in einer Großstadt, Umut, hier gibt es so viel Konkurrenz, bei uns funktioniert das nicht oder diejenigen, die da draußen sind und sagen, hey, ich bin in so einer kleinen Region und es ist eher mehr ländlich und hier ist es schwieriger wie in einer Großstadt, ich kann nicht beruhigen, es gibt Kunden aus allen Regionen, Städten in unserer Community und dazu gehst du am besten auf unsere Seite, informierst dich über uns, gehst auf unsere Seite, die emrunternehmensberatung.de und kannst dort dann dir mal Input holen, wer aus welchen Regionen überhaupt wie unterwegs ist, ja, hier haben wir jetzt ein Beispiel aus Berlin, da wo die höchste Wettbewerbsdichte ist, würde ich behaupten oder ich glaube zweithöchste, die erste, größte Wettbewerbsdichte an Gebäudereinigern ist Frankfurt und dann meine ich kommt Berlin, ja, nagelt mich nicht fest, gerne auch hier mal drunter schreiben, was es dann ganz konkret ist und, ja, demnach funktioniert das für jeden, ja, diese Strategien, die wir mitgeben, vorausgesetzt, was muss derjenige mitbringen, dass das richtig funktioniert, dass der vorankommt, was sagst du? Das ist für mich auf jeden Fall Leidenschaft und auf jeden Fall, er muss sich kurz lieben, also auf jeden Fall, nee, also auf jeden Fall Leidenschaft mitbringen und er muss sich schon wirklich gut einsetzen und muss wirklich eins zu eins alles umsetzen und wenn das geht, dann geht es und er muss auf jeden Fall die Einstellung, also dieser Mindset, das ist wirklich das A und O, habe ich wirklich gemerkt, das funktioniert wirklich, man muss nur daran glauben, ich habe auch mit einigen von der Community gehabt, auch mit dem Mindset, ob das so klappt, man muss schon daran glauben, das heißt, nicht einfach nur hingehen und so, okay, lesen, okay, Mindset, ja, Mindset einfach einstellen, ich wünsche mir das her, so geht das, man muss wirklich daran glauben, das ist ein Wunder, das passiert wirklich. Klar, für das Mindset haben wir ein spezielles Training und das fließt bei uns immer mit rein, ja, verschiedene Coaches geben dir immer für das richtige Mindset den richtigen Input und die Idee ist einfach, dass wir ganzheitlich euch betreuen, ja, es ist in jedem Bereich und Gebäudereinigung heißt nicht nur, wie kann ich am besten reinigen, wo kriege ich das richtige Personal her, wie kriege ich mehr Kunden, nein, da gehört ganz viel hier oben noch dazu und auch das ist ein Schlüssel, mit dem, ja, die viele vernachlässigen, aber eigentlich ist es ein sehr, sehr großer Batzen, der dazu beiträgt, dass so Menschen, eben wie Ali in dem Fall, wirklich in so kurzer Zeit so erfolgreich sein können, ja, und das ist genau der Punkt, das wollen wir euch ermöglichen, wer darauf Lust hat, dann freuen wir uns, von euch zu hören, von euch zu lesen, tretet mit uns in Kontakt, spricht mit uns und dann sehen wir uns, hören wir uns im einen der nächsten Videos wieder. Ali, schön hier gewesen zu sein. Ich hab's auch sehr erfreut. Und bis zum nächsten Mal. Okay. Danke auch. Jo.